Okay, warte mal. Zwei, drei, vier, sechs. Oder eins, zwei, drei, vier. Ich glaub eher an die fünf. Egal welches Szenario, ich hätte fünf erfüllen. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte mir so, der wird schon ein bisschen was er sagt. Ich dachte mir so, hm, das macht ja Sinn. Hat ja jetzt die fünf aus. Hab mir nicht zweiermal gedacht. Oh Mann. Waren wieder die Mindcamps hier. Oh Mist. Du brauchst halt, egal bei welcher Gruppe. Ein letztes Mal. Ich hasse euch, Viren. Ich hasse euch.